X-Men Revenge 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 Es ist auch nicht bloß, echt nicht aufzuhalten. Was haben wir jetzt? Der ist für dich hier. Und genau für dich lieb da. Lasst die Spiele beginnen. Die Menschheit zu terrorizieren ist ziemlich schwach, mein Meldor. Selbst für jemanden wie dich. Sind sie den X-Men zu stark? Vielleicht wart ihr mir einmal überlegen. Aber ich spüre, dass sich das Wetter weit ändern wird. Aber wissen Sie nicht. Wollen wir euch. Für die Kraft meiner Blüte. Aber, aber, Storm. Deine Kräfte haben keine Wirkung auf mich. Aber vielleicht hättest du ja Interesse an einem meiner neuen Experimente. Eine neue Art von Storm. Wie gefällt dir das? Jungs? Bringt mir die Ionen-Kammer. Ich weiß doch, wie sehr du kleine Kammern schäfst. Mann! Was hast du gesagt? Kommt dir das bekannt vor? Das A-R-L-L-Kammer. Unmöglich! Wir haben das doch damals verstört. Oh! Es gelang mir ein paar Tropfen zu retten, bevor ihr mein Labor total vernichtet habt. Seitdem habe ich die Formel ein wenig verändert. Nun, Storm. Wie fühlt sich das an, ein Mensch zu sein? Ah! Wolverine! Es ist ein Mensch zu sein, dass ich das auch hier jeder mitmachen kann. Natürlich! Das ist ein Mensch zu sein, dass ich die Erinnerung kann. Wolverine! Was ist es? Au! Ja, 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 ja! Alles klar? Er hat uns auch erwähnt, Herr. Und Professor Eck, er weiß, was er tun muss. Lauf! Es scheint, als hätte ich hier den Winter auf den Segeln gesonnen. Hahahaha! Dafür wirst du bezahlen, Magneto! Warum kann ich das nicht? Kacken! Hahahaha! Ist das alles? Oh, ich fange hier wieder an. Hahahaha! Mit dem ganzen metallisierten Körper kann ich dich steuern wie eine Marionette. Hahahaha! Lohle, gib endlich auf! Ihr beide wisst es doch, dass du die Obrigkeit hast. Komm mit mir und mach mit der Kärche einen ganzen Handeln. Zusammen können wir Geschichten machen. Hahahaha! Hahahaha! Nur über meine Leichen! Kommen Sie doch mit! Hahahaha! Jungs! Hahahaha! 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 Das tut dir, Magneto! Cyclops! Wir schön diendstu! Treff! Vielen Dank. Ich, ich kann nichts sehen. Vielleicht ist dir das, die Dinger ein bisschen klarer zu sehen. Schmeiß sie in die Ionenkammer. Was, was hast du mit mir gemacht? Oh, du brauchst mir nicht zu danken. Ich bedanke dich bei einem geliebten Professor. Mit dem Herrn Asierung hat mir Charles endlich das Mittel gegeben, euch zu zerstören. Ich frage mich, auf welcher Seite er wirklich steht? Damit wirst du nicht durchkommen. Seltsam Logan. Du meinst, es geht immer nur um dich. Ab heute wird das Geschichtsbuch eine neue Geschichte erzählen. Pass auf sie auf. Wir sind ein perfektes Lockmittel. Bis zum nächsten Mal. Ich bin da. Ein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. 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 Hat jemand Kavalerie berufen? Gernit, Seidtroller. Soll er dann sein, dass er aufdauert. Wohin hier raus! Gernit, Seidtroller. Könnt ihr nicht einmal zusammen auftauchen? Das würde die ganze Sache erheblich leichter machen. Nicht nur schnell, Magneto. Gernit, was machst du? Ich sichere mir meine Zukunft. Gernit, nein! Gernit, Seidteller. von Wolfgang zu verhindern. Lauf weg, wenn du willst. Versteck mich. Kannst du dich jetzt nicht mehr? Ah, nicht so schnell. Ausgezeichnet. Schafft ihn in die Ionenkammer. Ich hab schon immer gewusst, dass wir dir nicht vertrauen können. Ein Dief bleibt ein Dief. Und diese einmalige Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Glaubst du, das ist eine einmalige Gelegenheit? Ja! Eine einmalige Gelegenheit für DAS. Wie fühlst du dich als Mensch? Die Frage kannst du dir selber beantworten. Brauch. Glaubst du wirklich, dass ich ein Serum kreieren würde, das wir selber schaffen können? Schafft ihn in die Ionenkammer. Das tut mir leid, Leute. Ich hab's versucht. Und jetzt ist meine neue Formel komplett. Zurück zum Labor, Jungs. Was machen wir jetzt mit Ihnen? Lass sie frei. Wir sind jetzt harmlos. Du tötest uns nicht? Oh, davon war nie die Rede. Ihr werdet heute Nacht von alleine den Tod finden. Aber vorher könnt ihr noch miterleben, wie eure geliebte Menschheit und der Reste X-Mann sterben. Wir werden nicht stoppen, Magneto. Habt ihr bereits vergessen, dass ihr jetzt die einfache Menschen seid? Das Superhelden-Spiel ist vorbei. Ihr habt eure Superkräfte verloren. Ich bin hier, Professor. Sehr gut. Hallo? Bist du okay? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war doch nicht ein Mensch. Ich habe es vor unseres Gegenden gefahr erreicht. Aber ich muss euch warnen. Dieses Mittel wird eure Körperzählen für immer genetisch rein. Ihr werdet nie mehr die Möglichkeit haben, die Mensch zu sein. Es gibt keine Antwort. Ihr müsst recht schaffen. Mensch zu sein ist völlig überbewertet. Seht. So, gib ihnen das Gegenmittel. So, gib ihnen das schon besser. Magneto's Labor ist weg in der Stadt. Aber wenn ihr kein magnetisches Kampf fällt, bei einem der vierten unserer Region, wir gehen getrennt und finden dein Labor. Ich meine, Magneto hat einen recherchischen Fischer zu finden. Er muss um jeden Preis gestorben werden. Los! Hier ist Channel 5 mit einer weiteren Sonnenlicht. Laut aktuellen Berichten aus anderen Visionen sind in der Stadt der Strom größtenteils aufgefallen. Wir bekommen gerade die ersten Bilder von unserem Helikopter. Hörner von Metro City. Heute Nacht erfahrt ihr das größte Privileg eures sinnlosen Lebens. Heute Nacht werdet ihr das Ende der Menschheit nicht erleben. Oh ja. Ihr werdet heute Nacht sterben. Und es gibt niemanden, der euch helfen kann. Wo sind eure Glinten? Echt man jetzt? Wir sind hier. Du zu solution. Wo? Unmöglich. aber ich. Uh-huh! Huh-huh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017